Entdecker, aber ich finde halt nothing, ne? Jetzt sind noch so ein paar Drecksvasen. Wo ist denn Fred? Hä, Fred? Ist ja kaputt... Ah ne, da ist Fred. Hi Fred! Okay. Das ist jetzt äußerst merkwürdig. Ich hätte erwartet, gehofft, gekönnt, gedacht sollte. Dass wir von da nach da rüberjumpen, no chance. Gut, ähm... Fred, wir sehen uns im Baditenlager weiter. Keine Ahnung, wie jemand oben reinkommt. Falls ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare, bitte. Danke. Ich habe keine Ahnung, wie wir oben haben, deswegen schlafen wir einfach mal bis Mittag. Scheint aber noch passend zu sein alles. Logbuch. Dort waren wir, dort sollen wir, dort dürfen wir. Lernpunkte. Würde ich gern machen. Ich weiß aber nicht, ob er bei uns noch was mit dem Schwertkampf beibringen kann. Craig? Aber Bruder! Aber Bruder! Jetzt sollte er ganz nichts mehr beibringen. Shit! Ein Schwein kochen können wir nichts. Am Herd auch nicht. Da kriegen mich keine zehn Pferde hin. Ich würde halt mal ins Schlafgemach vom Dings reinschnuppern. Vom Don. Aber hier gibt es nichts mehr, ne? Ne. Fincher hat mir erlaubt, etwas vom Goldhaufen des Don zu nehmen. Fincher hat mit Caracost gesprochen. Du kannst was nehmen. Echt? Geht das? Ich hab gedacht, ich kann noch mehr nehmen. Oh, das wär jetzt natürlich geil. Was willst du? Geh zur Seite. Ich muss hier rein. Jawohl, Hauptmann! Uff! Das geht. Okay, fucklein. Alter, ich speichere mal. Schatztruhe. Wir beklauen den jetzt. Und nochmal. Ja, ist okay. Echt jetzt? Eins, zwei, drei. Der Dietrich ist abgedrochen. High-End-Schloss. Na. Wie? Es gibt's ein bisschen Gold für uns. Gut. Na ja, klar. Der Dietrich ist abgedrochen. Kapiert, weh. Echt jetzt? Na also. Gut. Äh, starke magische Erdung, 150 Lebenspunkte. Okay. So kann man natürlich auch herkommen, ein bisschen Geld verdienen. Und nochmal von vorne. Ich hab halt echt Schiss, dass hier uns nen Deckel dabei. Wer sagt's denn? Teller? Ja, nimm halt mit. Sonst ist ja nix. Du machst das schon. Ja, ich weiß. Okay, hat keine Ahnung. Was machst du hier? Warst du schon mal in dem unteren Gewölbe dieses Tempels? Wir sind noch nicht sehr tief in die unteren Gänge dieser Anlage vorgedrungen. An einer bestimmten Stelle dort drüben fanden wir so ein merkwürdiges blaues Kraftfeld. Wir haben es bisher nicht geschafft, es zu überwinden. Okay. Ist klar. Euch fehlt der entsprechende Zauberspruch. Siehst du? Da weißt du mehr als ich. Wenn du eine Möglichkeit findest, da unten reinzukommen, dann tu es. Ich wäre dir nur sehr dankbar, wenn wir oben nicht von den Monsterhorden da unten überrannt werden, okay? Kein Ding. Das ist zu riskant. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Wäre vielleicht nicht verkehrt. Wie viele Punkte haben wir? Schauen wir erstmal nach. Zehn. Ich würde es ja gerne aufheben. Weil Stärke ist ja auch... Hohe schenken, weil es dir bessere Waffen zu nutzen, aus dem Frühstück zum Nahkampf mehr Schaden. Ist ja gerade das, was... Blocken und so weiter. Alles cool. Alles in Ordnung bei dir? Ja, geht. Ich werde gar ein bisschen stärker, aber sonst ist alles fresh, Bro. Da waren wir. Das heißt, wir müssen wieder erstmal da hoch, dann müssen wir den... Oder warte mal. Ist das nicht direkt... Unter Gewölbe? Es müsste hier gleich sein, die Vogel. Na, check. Wie sieht's aus? Wie sieht's gut aus? Weil ich meine, da waren noch schon mal so ein paar andere App-Bonus, die haben wir aber noch weggeklatscht bekommen. Stimmt, da war er. Das war direkt dahinter hier. So, Fredo. Speichero. Mache kaputt. Speichern. Und rein mit uns. Okay. Erstmal einen Pilz mitnehmen. Nur Skelette? Bruder, du musst gegen deine Verwandten kämpfen. Ne, ich sag's nur. Ah, ne, da sind Echsen. Okay. Wir haben kurz mal eins, weil's echt dunkel ist. Na. Haben wir ja auch keinen Bock da, oder ganz in der Dunkelheit zu kämpfen. Oh, ja. Uff. So, weg mit dir. Ja, ziel doch. Ich brauche kurz einen Heiltrank. Ich werde eng. Ich werde eng, ich werde eng, ich werde eng. Wie, du hast recht gekillt. Bastard. Tschüss. Kurz einen Heiltrank. Boah, jetzt sind wir gefidgett, Spinnard. Wir müssen halt die ganze Scheiße von den aufheben, weil das ist alles Material, das müssen wir echt verticken. Auch wenn wir uns einen kleinen Frey, den müssen wir auch mit abluten. So, hier noch was. Spalter dich. Wollen wir uns nochmal kurz unseren Frey dabei. Und die Schriftfreude für den Frey kann man wieder basteln, das ist ja nicht. Hey, vielleicht auch für den Leviathan und für den, äh, der anderen machen können. Müssen wir jetzt hier auch noch klettern, oder was? Na, ist super. Ach, verstehe, müssen wir da rein. Ja, okay, gut, kapiert. Haben wir da was? Nee, haben wir nicht. Ach, ich weiß schon, was da hinten rumhausiert. Ah. So. Oh, das Licht ging aus. Äh, machen wir kurz, wenn wir da Licht. Wipp. Spannchen. Ah, Fred kommt auch, gut. Schau dich gerade an. Ja, klar sieht er brüchig aus, das wird mal dahinter hocken. So ein Gogo wird's nicht sein. Oh, wir haben einen Grafikfehler hier. Seht ihr den Querstrich da, ne? Als ob ich so blöd bin und da reingehe. Ne? So. Hm. Interessant. Text handelt von magischen Sprüchen. Spannchen. Dieser Stein sieht brüchig aus. Was denkt er sich? Robust. Ja. Ja, was im... Oh, okay. Was ist jetzt los? Hier ist gedacht, da fällt uns die Jungs auf den Korb, wenn wir reingehen. Aber okay. Ne, da kann nix. Sonst würde es anders aussehen. Uff. Dann geht Dels, dann das vordere. Dann das rechte. Okay, ich weiß, wie. Ich hoffe, das klappt. Nein, es war zu schnell. Was ist mit dem Auge, Mann? Das nervt. Okay, ist weg. So schnell kann es gehen. Da müssen wir warten. Geduldig. Oh Gott. Wir werden da 50.000 Mal sterben an der Stelle. Die Spürung soll ich zum Laden, das zum Heulen. So. Kommt hoch. Geht weg. Dann kommt das. Dann muss der weg. Dann geht das weg. Dann kommt das hinter uns wieder zum Feuerstein. Jetzt muss ich warten, bis das vor uns kommt. Also das Zweite. Jetzt kommt das vor uns gleich wieder. Bis ist das weg. Warte mal. Dann geht das weg. Dann kommt das. Dann geht das weg. Dann kommt das. Dann geht das weg. Dann kommt das. Dann geht der weg. Jetzt rennen wir mal durch. Heilige Scheiße. Ja, mach jetzt mal den Hebel, bitte. Auf dem Scheiß. Meine Fresse, Alter. So, jetzt mal kurz für Lichtsorge. Ah, das geht auch mit dem Zweitschlag. Warte mal, rühren wir gleich mal. Ah, das sei... Ah, okay. Das muss ja der erste Schlag sein. Okay, okay. Kapiert. Haben wir jetzt den Arsch aufgerissen, da reinzukommen? Fred ist tot. Okay, geht, Fred. Irgendwann sagen sie mal, dass er warten soll, ne? Wäre ganz klug gewesen. Müssen wir da hoch? Aber wie? Äh... Hinter dem Banditenlager gefunden. Kannst du mal da hochmessen? Hm. Oder müssen wir das Linke aktivieren? Oder müssen da hoch? Frage ist, ob man da hochkommt. Ob es nur Glitschstein da lässt. Äh, weil die Dinger sind hier ein bisschen für den Arsch. Wenn du da mit Anlauf hochgehst, hast du ja eigentlich keine Chance. Oder müssen da hoch? Und wieder Mr. MC Leviathan einsetzen. Kann natürlich auch sein. Ich glaube aber gerade nicht, dass wir noch einen haben. Korrekt. Wir haben keinen mehr. Ach ne, Bruder! Bist du doof? Bist du doof? Die Dinger sind immer so scheiße, die da. Dann geht's mal ein bisschen draufkommen. Und dann geht's mal wieder nicht. Dann glitscht der wieder runter, weil ich ihn nicht festhalten kann. Der Affe. Wolle vielleicht von da aus dann eher hoch. Guck, der rutscht da immer ab. Der ist aber so einfach eigentlich, da drauf zu stehen. Aber nee. Vermisst er. Ich krieg's nicht gerafft in meinem Leben. Okay, wir probieren auf der... Aber das nächste... Logisch, wir müssen da hoch. Ich hab jetzt aber wieder keinen Bock, da wieder zurückzulaufen oder mir ein Leviathan-Dinger zu basteln. Nur weil das Spiel wieder meint. Mäh, mäh, mäh! Guck, der rutscht da einfach ab, als wär's ein dummes Stück Scheiße. Soll ich denn eine On-Point-Landung machen? Und zwar zu 100% in der Mitte oder wat? Keine Ass. Ah, fick dir doch ins Knie, Alter. Heb die Scheiße auf. Ist doch ein Bullshit, ein Blöder. Ja gut, kommen wir da drum herum. Ist mein Leviathan-Zauber-Spruch wieder vor, oder? Also, nochmal zur Vulkanfestung. Und nochmal nach hinten durchwackeln. Diesmal bauen wir uns aber ein. Da haben wir. Absolute Hammer. Ich find's halt ärgerlich. Da würde man so einfach hochkommen. Und nur weil da wieder der Rumalbert, der Kollege, Nase. Äh, ich sprüfe dich ab. Äh, äh, ja, ja. Wir gucken kurz, ob ich mich hier schon mal ein paar billige Zauber, äh, Mana-Tränke machen kann. Fläschchen, Mana-Pilzwein, ja, das kann man machen. Machen wir mal drei Stück. Ich würd's halt erfallen, wenn man da vielleicht einen Farmspunkt kriegt, was für einen Scheißhersteller. War halt echt nice, aber nö. Das war der Geiz, ey. Fertig. Andere Spiele, ist das so. Schildschwass, ja, BAM, Erfahrungspunkte. Hm, hm, hm. Ach, da haben wir für ein Stück sogar. Cool. So, speichern. I drücken. Der Kiss. Ba, 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 ba. Banditenlager. Kaioken. So, dann müssen wir nach hinten wackeln. Fredi ist ja leider tot. Frage ich mir, wo Patty ist. Patty ist ja eine Frau, die dürfte nicht bei ihm sein. Also beim, ähm, wie heißt er? Äh, beim Dorn. Also da würd ich auch nix rausrauchen, ey, wenn da schwarzer Qualm rauskommt, Mann. Untertitelung des ZDF, 2020